so das ist mein einkauf von heute im kaufland ich bin ganz verwundert alles zusammen 22 euro und 5 cent balsenkuchen für 1,11 euro butter toast 99 cent dieser große zopf 1,79 euro exquisa 79 cent und quark 1,11 euro glaube ich das ist natürlich ja schnäppchen ja toll bananen sind 9 stück 1,40 euro bin zufrieden bananen sind 9,40 euro bin zufrieden bananen sind 10,40 euro bin zufrieden bananen sind 10,40 euro bin zufrieden bananen sind 10,40 euro bin zufrieden Untertitelung des ZDF, 2020